Musik Hallo und herzlich willkommen zum Jelo. Heute mal nur mit mir, also mit dem Loh. Nächste Woche gibt es dann nur mit Jette. Heute möchte ich euch einmal zu einem Ausdruck mitnehmen und zwar zum Bahalla. Das ist hier in Deutschland, obwohl es sehr griechig klingt und es sieht auch wie in Griechenland aus. Wenn ihr wissen wollt, wie es aussieht, dann mal los. So, da sind wir jetzt auch schon. Hier sieht es erstmal sehr schön aus. Die Natur ist hier natürlich auch Phänomen. Oh, und da ist auch schon das große Gebäude mit ganz vielen tollen Säulen. Es ist hier richtig hoch. Und diese Aussicht, voll cool. So, wir sind jetzt hier im griechischen Bahalla und es sieht wirklich super groß aus. Man denkt wirklich mal ist in Griechenland. Und die Aussicht ist auch super toll. Man kann bis ganz nach unten gucken. Und es gibt hier richtig viele Treppenstufen. Und so ist es. Natürlich könnt ihr euch ja schon denken, dass wir jetzt nicht wirklich in Griechenland sind, sondern wir sind in Regensburg, wo hier dieses griechische Gebäude da steht. So sieht es dort im Wald aus. Und schaut mal, dieses riesige Gebäude hat so mega viele Treppenstufen. Das kann man ja kaum glauben. Und hier. Diese Figuren sollen anscheinend den König und die Gebieter darstellen. Das war so interessant. So, aber jetzt ist dieses Video leider schon wieder vorbei. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. So, aber jetzt stopp. Jetzt kommt nämlich noch eine kleine Info. Da dieses Video heute nur mit mir war, kommt nächste Woche Donnerstag 15 Uhr auch eins nur mit Jette. Tschüss. Tschüss.